Bandha-Chuli-Kukuta-Sana, auch genannt Bandha-Chulika-Kukuta-Sana, die Stellung, die Hahnenstellung oder auch die gebundene Hahnenkammstellung. Kukuta heißt Hahn und so beginnt das Ganze ähnlich wie Kukuta-Sana, der Hahn. Moritz zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus-Padmasana. Ein Fuß auf einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen. Dann windest du die Unterarme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel hindurch, wie du es für Kukuta-Sana machen würdest. Von hier aus hast du die Ellbogen gebeugt und in Variation 1 gibst du die Hände unter das Kinn. Diese Stellung ist auch bekannt als Garbhasana, also eine bestimmte Variation der Embryohaltung. Von hier aus wird es auch klar, was das ein bisschen mit Hahnenkamm zu tun hat, insbesondere jetzt, wenn du die Hände noch oberhalb des Kopfes faltest. Und hier hast du nämlich den Hahnenkamm, der normalerweise auf dem Kopf gerade wäre. Moritz kann auch mal die Handflächen zusammengeben und dann richtig nach oben bringen. Das wäre der, man könnte sagen, das wäre dann Chulika-Kukuta-Sana. Und wenn dann die Hände verschränkt sind, Hände gefaltet auf dem Kopf, dann ist es Bandha-Chulika-Kukuta-Sana. Und dann abgekürzt bezeichnet Bandha-Chuli-Kukuta-Sana. Die gebundene Hahnenkamm-Stellung oder auch der Hahn mit verschränktem Kamm aus dem Lotus heraus. Ob Bandha-Chulika-Kukuta-Sana wirklich eine Verkürzung ist von Bandha-Chulika-Asana ist Bandha-Chulika-Kukuta-Sana ist nicht 100% überliefert, aber wahrscheinlich. In jedem Fall ist eine gute Stellung, um nach innen zu kommen, gehört zu den Pratyahara-fördernden Stellungen. Du bist im Gleichgewicht, du bist konzentriert, du ziehst dich weg von der Außenwelt. Bauch, Brust, Kehle sind alle etwas gedrückt, massiert. Und so ist das eine gute Stellung, um zur inneren Ruhe zu kommen. Auch wenn du mal wenig Platz hast und fortgeschrittene Asanas üben willst, kannst du die auch so üben. Als ich noch jünger war, habe ich dieses Asana ab und zu mal im Zug gemacht, zur Erheiterung von Menschen, die vorbeigekommen sind.